5 Wege, um externen Traffic auf euer Angebot zu leiten. Nach dem Intro. Freunde des e-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der e-Commerce-Agentur eBakery. Im heutigen Video geht es um externen Traffic. Externer Traffic bedeutet beispielsweise, ihr launcht euer Produkt auf eBay, Amazon, euren Online-Shop und möchtet nochmal Traffic generieren. Das geht ganz einfach mit beispielsweise kostenlosen Mitteln wie Facebook-Gruppen, aber auch kostenpflichtigen Mittel wie beispielsweise Facebook-Ads, Google-Ads. Ihr könnt aber auch eine Landingpage erstellen auf eurem Webshop oder Webseite und darüber über das Affiliate-Marketing nochmal verlinken auf euren Artikel. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit auch so Verkaufsplattformen wie MyDeals zu nutzen. Ihr könnt ganz einfach einen MyDeals-Account erstellen, das Angebot hochladen und sagen, hey, das ist ein super Deal. Das ist auch eine Möglichkeit, also Deal-Seiten. Und natürlich könnt ihr YouTube-Videos erstellen und über diese YouTube-Videos könnt ihr dann Links setzen in der Beschreibung oder auch Instagram nutzen, Instagram-Shop und dadurch externen Traffic generieren für euer Angebot. Ihr habt dann viele Vorteile. Beispielsweise, wenn ihr ganz schnell eBay-Beobachter bekommt, steigt euer Ranking. Wenn ihr Verkäufe erzieht in der kurzen Zeit, steigt euer Ranking. Und natürlich ist es auch gut, wenn ihr gewisserweise Aufrufe habt auf eure Webseite. Das pusht natürlich auch ein Stück weit. Von daher, testet das Ganze mal aus und bis zum nächsten Mal. Euer Ali. Bis zum nächsten Mal.